Positiv, aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich brauch mir wieder Fleisch, ich hab jetzt 26 Fleisch wiedergefunden. Habt ihr Fellebäume? Und 15 Holz hab ich schon. Habt ihr Fellebäume? Haben wir nicht Schnauze? Nein, haben wir nicht. Nein. Ich hab schon mal aus dem Wald, aus dem Dschungel, also nicht aus dem Dschungel, aus dem Schneebiom. Ach scheiße, was mach ich denn hier? Da gibt es aber keine weißen Bäume. Ne, aber da gibt es auch noch andere Kreuzfarbe. Ach, ich hab den nie gefunden. Ich hab eine Lacht unten gebaut, da ist so ein Cobblestone-Eingang. Lol. Was für ein Cobblestone-Eingang? Kann man ja gar nicht sehen. Willi ist blind. Ja, diesen riesen Klotz. Ja, diesen komischen Klotz da, ja. Ich suche jetzt die Bäume, damit ich, also, weiße Bäume. Ey, ich hab hier weiße Bäume in der Nähe von mir. Denn holz mal Sepplinge ab. Sepplinge, ja. Sepplinge ab, ja. Ey, Sepplinge, ey. Ich holz auch. Sepplinge, ey. Sepplinge ist es. Alter, das war ein Pizmiet, ey. Ey, hallo? Welchen Namen sagst du da? Ja. Was? Ich hab gar nichts gesagt. Wir sind voll schlecht. Ehrlich, wir sind viel besser. Ja, wir sind voll viel besser. Wer ist, wer ist, wer ist, wer ist, wer ist das? Keine viel mehr Abonnenten. Wer ist schlecht? Gronkh. Keiner. Ich hab, ich hab da, oh, was hast du gesagt? Gronkh. Ich dachte, du meinst, Captain Sparkles. Captain Sparkles. Captain Sparkles. Nein, PewDiePie war ich nicht. Huh? PewDiePie. PewDiePie? PewDiePie. Was ist mit WhiteTitty? Schlecht. Ich bin keine Netzplayer, du Idiot. Ist egal. YouTuber ist YouTuber. Ja, stimmt. Denn da bin ich noch zusammen. Samma, Wimms, was hüpfst du jetzt eigentlich hier bei meinem Haus rum? Ich weiß ja auch nicht. Ich bin im... Nee, ist schon scheiße. Mann, jetzt hast du mich verwirrt. Jetzt hab ich einen zu falsch kacke. Du hast mich verwirrt. Guck mal, verwirrt. Guck mal, den Endermänner. Mann, ich geh jetzt weg. Nee, nee, jetzt hast du's verkackt. Guck mal, den Endermänner. Ich bin jetzt weg. Ja, bin weg. Tschüss. Geh weg, ey. So, tschüss. Geh weg, Alter. Wollen wir uns... Wollen wir heute... Oder wie es hieß, den Brüder nicht teilen? Und wir stellen uns eine Gemeinschaftstruhe. In unserem Scheithaus aus. Nein. Guter Witz. Also, ich fände das... Ich fände das sehr... Also, äh, Danny. Ich mach mir ne Endertruhe. Dann könnt ihr meine Sachen nicht legen. Danny. So sieht's aus. Button. Ich hab einen Zeppling gef... äh, gekriegt. Alter. Alter, da kannst du den Baum pflanzen und dann kriegst du noch mehr aus. Leute. Dann bringen wir den mal mit. Hallo. 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 Was denn gegen ein, äh, Bramstone? Kommt mal. Kommt mal schnell, schnell zu mir. Ich hab hier noch was gefunden. Was heißt das denn? Cobbestone. Wilms. Was denn? Kommt mal zu mir. Also, geht mal ans linke... Nee, ans rechte Ende der Höhle. Nein, Küber. Ich bringe Küber mit. Nein, Küber. Nein. Ah. Ja, Marcel. Wie... Äh, Mann. Ist mir jetzt scheißegal. Äh. Komm mal. Komm mal mit, Wilms. Genau. Ich bin gerade ganz weit weg. Also, ich bin noch nie. Hast du schon mal so, so ein Zombie gesehen, Alter? Hinter diesen Küber. Boah! Passt mal auf, was du machst. Hast du schon mal so ein, so ein Zombie gesehen mit, mit einem Klumpen in der Hand? Also, mit so einem Cobblestone? Oh, Zombie, 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 hinter dir. Zombie, Zombie, Zombie. Der hat eine, der Metallschaufel dabei gehabt. Ja, ja, das finde ich fest. Die Drop, äh, die, das ist ein neues. Oh Mann, ich glaube, wir sind hier gar nicht sicher, Alter. Aber hier sind, hier sind so viele Fackeln, Alter. Ja, du... Oh Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten hier nicht hingehen, Alter. Ist ja eigentlich dieser Spezialraum, den wir noch gebaut hatten, beziehungsweise gesprengt. Na, eigentlich wollte ich mir, eigentlich wollte ich mir hier mein Haus reinzimmern, aber hier sind so viele Zombies. 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 Zombies, ja. Zombies. Wir müssen hier keinen Eingang mehr, hä? Hier ist der. Du bist, du bist total blind, Willi, ey. Hier ist kein Ausgang mehr, ey. Mann, du bist total blind, Alter, da oben. Wie, willst du mich verarschen? Du bist ja... Nein, hier, guck doch mal. ...der, der, der keine Ahnung hat... Alter, der ist ein Lavasee, Hammer, geil. ...der, der, der keine Ahnung hat, sagt, ich bin blind, ey. Achso, ich bin mal kurz weg, ja. Ich keine Ahnung, ja? Ich bin mal kurz weg. Ich keine Ahnung, ja? Ich keine Ahnung, ja? Ich keine Ahnung, ja? Ja, ist ja okay, Mann. Verpiss dich doch endlich. Du nimmst aufwarn? Ja. Ja, dann guck mal in mein Gesicht. Scheiße, warte mal. Ja, du hast ein Creeperface im Gesicht. Warte, bau weiter. Kennt ihr Gronkh? Der Verscheise. Was? Was ist das denn? Oh, jetzt reicht es mal. So, mir fällt keine neuen YouTuber ein. Jetzt, mein Kopf. Code number. Du hast ein Creeper. Äh, Kürbis. Hallo. Wow, Skelett. Wow, 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 wow. Oh, Creeper. Oh, fuck. Alter, bloß weg hier. Bloß weg hier. Du hast mich schon. Das war der Zombie. Leute, der hat sich zugebracht, der Penner. Ey. Arsche. Arsche Loche. Arsche Loche, Usbekistan. Hallo. Hörst du mal ganz ruhig mit deinen Billing-Aufnahmen? Ey, jetzt müssen wir uns hier auch noch rausputteln, oder was? Ich glaub's nicht. Per-Ener. Per-Ener? Per-Ener. Per-Ener, Rihanna? Boah, Rihanna. Boah, Rihanna auch jetzt. Miau. Wie manchmal krieg ich hier so eine Dreiter. So eine Dreiter. Alter, nicht Miau. Ist auch geklaut. Au! Wir haben schon wieder eine Aufnahme, die nur geklaut ist. Mensch, das war so ein Kotzen. Schlimm, wa? Das ist alles nur geklaut. Ja, nur auf jetzt. Ach, ich wollte mal ja ein Haus bauen, wa? Ja, was machst du da eigentlich gerade bei mir? Ich mach deinen Boden. Aber es ist natürlich auch sehr nett von dir. Danny, Danny, wir können uns hier hinten auch so ein Gemeinschaftshaus reinzimmern. Wow, total. Nein. Daneben nicht. Total. Es war ein Angebot, aber daneben nicht, nee. Ja, doch, ist eine gute Idee. Ja? Okay. Ja, können wir mal machen. Aber nicht mit diesem hässlichen Holz hier, Alter. Mann, mit was denn das, Alter? Na, hätte es heute. Du hast, du hast, du hast, du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, du hast einen Pfeil im Kopf. Oh, Tapplinge. Wirklich? Nein, ich weiß jetzt, ach, egal. Kann ich mir eigentlich das ganze, Tapplinge, die ganze Tapplinge. Tappling-Time. Der hat immer Schnauzen mit deinem Tappling, ey. Das geht mir auch um den Sack. Leiter. Na, du scheiß Skelett. Oh Gott. Alter, zwei gleich. Wow, wow, was? Ich muss er wurden. Dann dürft ihr es aber auch nicht tun. Ich dachte, mach mal so ein bisschen. So ein bisschen. Wie, du warst weg? Ja, ja, war weg. Ach, deswegen war das Niveau so hoch. Was? Immer. Wo bist denn du? Bring mir diese Tapplinge. Ich bin ganz weit weg, also du findest mich. Ich weiß, ich bin nicht mehr zurück. Oh, Junge, komm zu den Koordinaten. Ja, ja, ich hab's mir auch immer, also von daher geht's ja. Coole Sache. Mein, mein, mein. Ich will nicht auch noch ein paar mehr Holzdinger fällen, also deine Bäume fällen. Was machst du denn hier? Filme? Alter. Danny, Danny, wollen wir, wollen wir das jetzt nicht einfach in dem Holz bauen, in dem Dschungelholz, oder? Ey, vergess es. Ich mach mir jetzt den Crafting Table und baue mein eigenes Haus. Wie? Ich dachte, wir machen ein gemeinsames Projekt, du Arsch. Na, machen wir, aber nicht jetzt so. Du Arsch. What the fuck? Ich wärst das Kaffee gang. Alter, diese... Alter, ich bin schon Level 8. Ich bin Level 2. Ich bin Level 100. Ich bin Level 0. Ich bin mit Gamebook. Ich bin geshattet. Ich geshattet auch, Alter. Und vor allem, du bist voll geshattet. Alter, 50. Nein, danke. Nee, ich mein dich, ich mein dich Spinne. Nein, danke. Alter, dieses... Oh, nee, jetzt sterbe ich gleich. Wo ist denn jetzt mein Crafting Table hier? Hat mir irgendjemand was zu essen von euch? Nee. Oh, Skelette. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, ich hab noch ein Herz. Oh, nee, Spinne, Spinne, Spinne. Spring vorbei, spring vorbei. Oh, Gott. Mach hinne. Ha, ha. AAAAAAAH! Das ist ein dummes... Was für dumme Geräusche er euch macht, ist der Hammer. Maaan. Fuck, ey. Oh, mein Gott. Maaan, ich glaub's nicht. Willi, hast du mal ein bisschen Häufig? Nee, ich hab grad nicht so wirklich... Du hast doch wirklich sein Euro. Oh, nee, jetzt... Kann... Kann mir irgendjemand meine Sachen retten? AAAAAAAH! Nein, kann ich leider nicht. Ich bin hier beschäftigt. Oh, Mann, Alter. Ich hab's fahren. In der Höhle. Oh, ich hab jetzt Zepplinge. Oh, Mann, der war auch mit deinem Zepplinge, ey. Was heißt Zepplinge, Mann, Alter? Boah, das... Wer ist Zepplinge? Der Krieg die Kotzeritis, wirklich, ey. Geht's gemein. Ha, Kotzeritis. Der komische Buchen so im Modus. Ja, genau. Das ist übrigens auch geklaut. Was ist? Aber ich... Ich fall... Alter, von so weit war ich ja gar nicht weg. Mann, ich muss mich... Oh, Mann, ich krieg bestimmt nie und nehm meine Sachen wieder, ey. Oh, fuck. Ich genau so. Und hoffe ich für dich. Arsch. Mann, hier sind auch... Alter, klick mal. Oh, Mann, ich krieg dich nicht hochgehen, nicht hochgehen. Oh, geil. Leg dich nicht mit dem Creeper an. Oh, nein. Weil der Creeper tanzen kann. Was? Noch schlimmer. Oh, der war mir ja schlecht. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Ich glaub, ich spinn. Auf meinem Hirn. Scheiße. Äh, das ist jetzt kein... Schubelbäumehaus, ey. Scheiße. Ja, nee, weil ich brauche, äh... Ich brauchte ein bisschen Holzhäune. Und der bleibt den, der hier. Der soll da bleiben. Du lügst wie gedruckt. Wie gedruckt. Du lügst wie gedruckt. Mann, ich brauch jetzt meine verfickten Sachen, Alter. Alter, wie hast du's schon wieder genommen? Komm, Sepplinge. Komm, raus, Sepplinge. Sachen, 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 Sachen. Oh, Mann, Danny, ey. So ein Horst, ey. Wie heißen die denn? Oh, Spinne, Spinne. Sepplinge. Sepplinge, Mann. Sepplinge. 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 Also se... Ach, so mit Sepplinge. Sepplinge. Nein. Sepplinge. Mit S, aber hart gesprochen. Ja, genau. Oh, das hört sich falsch an. Oh, ich bin auch hart gesprochen, ey. Oh, Gott. Ey, ich bin gerade voll der Inventar, Messi. Du Kind, Alter. Der Creeper ist hochgegangen. Wo hoch? Das ist so schönes für Sieg und noch nicht. Yeah, ich hab zwei in... Yeah, toll. Sag mal, haben wir draußen eigentlich gerade Nacht? Ja, habe ich, ich bin gerade draußen. Hast du doch keine Ruhe? Ich bin doch bis ins Donnerstag. Nee, ich hab zwar Diamanten, aber nicht genug Gold. Das tut mir leid. Sehr gut. Kannst du mal gut machen mit den Fehler. Ja, ich werd's probieren. Dann geben wir drei Diamanten vorbei von uns. Warte, Axel, du hast... Hast ja du auch schon Diamant oder nicht? Ach, schau. Alter. Da hat man's ja schon Diamant. Ja. Man, ich hab schon acht Diamanten, Alter. Ja, genau. Okay. Ey. Natürlich. Glaubst du mir das nicht? Oh, nee. Aber kein Türding. Also, ich bin hier noch zu einer Farm. Hier mit Kohle und Eis. Oh, das ist geil. Ich hab schon 720 Diamanten. Ja, das glaub ich jetzt nicht. Ich hab 312. Echt? Ich hab keinen. Also fast 12. Fast 12, ja. Oh, ey, Alter. Also 11,5 auch in der Reine. Ey, was ist hier los? Ey, Alter. Das tut alles weh. Musst du weinen? Du tust weh, Willi. Du schmerzt her, bitte. Ja. Was soll deine Schmerz-Solette nach deiner Meinung nach kommen? Ach so, ey, Marcel. Ah, egal. Es ist geil, es wird jetzt Tag 8, du bist ja auch draußen. Ja, ich bin draußen. Mann, hat mal irgendjemand was zu essen? Ja, ich komm her. Wo bist du? Ja, wo bist du, genau. Alter, hast du mir wieder keine Sattlinge vorbeigebracht? Über dir. Leute, bleib gestellten. Ich hab 14 gebratenes Fleisch. Oh, geil. Ich geb dir dir 11, ja. Dankeschön. Dankeschön. Weil ich hab nämlich genau noch zweieinhalb Herzen. Oh, geil. Äh, die Hungerbalken meinst du? Ne, zweieinhalb richtige Herzen. Ja, und die Hungerbalken, sind die voll? Ne. Das ist okay. Aber jetzt wieder. Na, siehste. Na, siehste. Das siehste mal wieder. Oder auch. Alter, das regt mich hier so auf, Marcel. Du regst mich auch auf. Ja, genau. Du regst mich auch auf, ey. Wirklich, das beruht auf Gegenwärtigkeiten. Alter, wer hat denn diese Cobblestone-Stifte hier gebraucht? Das ist die Leiter, Mann, ey. Oh, Gott. Ich hab dieses, äh... Ich hab wirklich nicht. Nein, 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 nein. Aber, aber auch weißes Holz. Also, Birkenholz hab ich dir auch geholt. Ja, hast du mir Birkenholz geholt? Ja, zwölf Stück und... Oh, ja, und eins, das liegt. Bist du nur ein, ich will 300? Ja, genau. Ja, jetzt, der Mental ist dann frei, ey. Ach, meinst du? Ne, glaub ich nicht. Ich auch nicht. 300 sind doch nicht denn voll. Das sind grad mal drei, ein paar Stacks. Ja, drei, drei ein paar Stacks. Das sind höchstens sechs Stacks. Äh, Danny, komm mal zum Eingang. Ich lauf jetzt nicht hinter dir. Du, Danny, das sind... Danny, Danny, das sind übrigens fünf Stacks. Nicht mal fünf Stacks. Hier, hier, links, hinter dir. Ja. Meine Zapplinge. Äh, ein Zapplinge, Mann. Ein Zappling, bitteschön. Dankeschön. Was ist denn hier heute los, ey? Ihr seid ein paar... Äh, Arnie, du brauchst deine Ecke, ich wollte da bauen. Bau gar nicht in der Ecke. Ich bau hier. Ich wollte mich da bauen, egal. Wieder ein Zappling? Dann, dann, dann baue ich da eine Ecke. In der anderen Ecke? Eckekind. Ist das nicht ein schönes Haut, ey? Das ist ja wieder mal... Ich übertreffe mich mal wieder selber. Oh, erzählst du? Wie, 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 wie lieb, wo baust du? Na, ich baue in der Ecke. In der Katzecke. Ist auch ein Eckenkind. Ist das mal was, wie du da mal... Geh mal schnell. Alter, was... Oh, ja bitte, Alter. Ich sterbe gleich, ich hab kaum noch... Ich hab zwei Hungerdinger und zweieinhalb Herzen. War, hast du was zu essen? Ich kann dir Essen geben. Das wäre doch super gut für Danny. Ja, bitte, bitte. Ich mach nur hier im Haus. Ich bin... Das ist gar nicht mein Haus, das hier ist mein. Ich bin im Haus. Lass mich mal her, bitte. Ja, vier Stücke. Ich bereite mir die Sorge. Uh, ich hab was... Ach, das ist ja keine Hülle scheiße. Ja, abwürf dann die Super daneben, dankeschön. Oh mein Gott, ist das jetzt so schlimm oder was? Ich hab doch Danke gesagt. Achso, ich dachte mal nicht... Egal. Egal, egal. Ich brauch jetzt Clean Stone. Äh, oder Stein. Jetzt muss ich mir schon wieder ne World Bench machen, so ne Kacke. Ich brauch jetzt Clean Stein. Clean Stein? Muss der sauber sein? Der ist... Ah. Ich hab aber leider kein Wasser, womit ich dir waschen kann. Ah. Wer hat's da gefunden? Ja, der Danny. Genau. Wer genau? Brauch einen Dreck. Der Pro Gamer, Danny. Ekulda. Ne, der Pro Gamer. Mach mal den Dreck von den Clean Stone ab, damit der ein bisschen sauber ist. Danny, ich sammle gerade so ein bisschen Dreck. Coole Sache. Das heißt ja jetzt Erde, war früher jetzt Erde. Du bist aber ein Dreckspatz. Na, der kann. Na. Bin ein Dreckspast. Ja, aber das ist richtig scheiße. Ähm, ich wollte noch was anderes. Oh, Gott. Ähm, Wanna. Ähm, ich will mal was sagen, wenn jetzt ein Creep explodiert und es genau über die Redstone-Leitung ist, dann ist ja jetzt aus. Ja, warum lässt du die Leute drüber explodieren? Na, wenn zwar passiert, passiert aber nicht wenn du nichts macht, dann passiert nicht. Ist doch egal. Da geht nichts verbunden, wie oft in der vorauslichen Stuttgart explodiert sind hier. Ja, das war nie was ab und liegen. Nein, nie. Nie. Nicht einmal. Gar nicht. Nein. Ihr frisst, was ich meine. Wann ist mein Entrube. Ich lege jetzt erst mal ein Feld an. Alter, ich war fast gestorben. Du warst fast gestorben, habe ich das gerade richtig gestorben? Er ist fast gestorben. Nein, jetzt habe ich erweißen. Du, lass den Dreck, lass dich mal hier so. Willi, guck mal. Ich kann jetzt nicht. Denny, Denny, ich will außen ein Feld bauen, ist doch viel besser. Nein, ich laufe jetzt mal raus. Natürlich. Bist du behindert? Man, unten wächst es doch gar nicht, du Idiot. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Na klar wächst es unten, die Bäume wachsen doch auch. Warum ist hier einfach ein Schalter an einem Erdblock? Äh, das war gar nicht. Hier hat ein Grund, aber ich sehe ihn nicht. Nein, okay, dann können Sie ihn. Ähm, nee, das hat keinen Grund. Das macht auch nicht Boom. Oh, geht das halt Boom hier? Boom! Nicky? Nice Popcorn? WTF, Boom! Ja, das ist geil. Denny? Ja, wegen Knochen-Samen. Ja, ich sagte immer. Knochen-Samen. Wegen weißen Knochenmäh. Ooooooohhhhhh. Ist das auch eigentlich... Ist das ein Jugendfreistelsplay oder... Eigentlich schon. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich war es so geplant. Warum darf er denn mit spielen mit seit drei Jahren? Was stimmt. Stimmt, du hast recht. Ich bin... Ich bin hier. Ich geh noch in den Kindergarten. Ach ne, Vorschule war ich ganz scheiße. Ja, Vorschule warst Vorschule. Mensch, au! Ja, ich verwechsel das immer ein bisschen. Ich bin ja nicht so der Intellente. Intellente, genau. Ja. Was wird für ein Wort? Nein. Intellent. 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 Ja, oder so. Kennst du es nicht? Ne. Also ich kenn das. Bei uns in einer Krabbelgruppe auch oft ein Thema. Hä? Willi, du bist ja erste Klasse mit mir. Ja, aber er war ja in einer Krabbelgruppe und da war es ein Thema. Er hat aber gesagt, es ist ein Thema in seiner Krabbelgruppe. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht er ja noch in der Grundschule praktikant. Genau das ergibt keinen Sinn. Oh, ja. Alter, die Zepplinge, die fangen hier mal an. Mann! Die Zepplinge, die fangen hier mal an. Ach, schief! Mann, ich tue mich nicht das alles. Du hast die Zepplinge übersehen. Alter. Was zeppst du hier rum, Alter? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mann, Alter. Ich glaub ich krieg ein Kind. Oh mein Gott. Du hast ja schon drei, oder? Ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Oh Mann, du hast jetzt? Jetzt schon drei, jedenfalls zwei. Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Alter. Ja, Willi, Willi ist mich grad angesprungen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat das in deiner Truhe, ey? In deiner Truhe? Ich hab recht, das ist auch interessant. Ne, das ist, das ist uninteressant. Ja. Halt die Klappe. Ich geh dir mal hier ein bisschen, äh, entwässern. Ich baue gerade ein Feld. Mach das. Viel Spaß. Ich sammle gerade Rohstoffe. Ja. Also die krieg ich denn keine Knochen, ey? Wie viel ich schon tuste? Ach scheiße. Och man, nee. Mit meinen bloßen Händen verstört. Hat mir irgendjemand einen Wassereimer? Nein. Alter, bevor es zu Eisen war. Ja. Ja, nee. Und Eisen hab ich nicht. Ich hab grad ne Fledermaus getötet. Jetzt fühl ich mich auch nicht schuldig. Echt? Böser, Willi. Du wirst gleich ausgepeitscht. Bööö. Da haben wir wieder mal die Kontrollbeinzen für. Ja. Böööö. Böööö. Oh so big is done. Ich brauch so viel, äh, Steiner. Dorte total lang, der ist. Hat man jemand eisen jetzt? Nein. Eigentlich bin ich erst neun. Sie sind so schön. Ich bin level 14 schon. Ich bin Level 0 Ich habe kein Talent, ich bin Tosny Jetzt geht das wieder los Ich wäre fast schon wieder gestorben Ich musste schon vor einer Stunde mit dem Hund raus Echt? Gut, dass du daran gedacht hast Ich würde mal sagen, eine Aufnahmepause Sonst pinkelt er mir ins Haus hier Na gut, dann Niki, man, nice popcorn Wie lange nehmen wir schon auf? Warte, ich gucke Eine Stunde, eine Minute Okay, dann würde ich sagen Dann machen wir jetzt wirklich eine Aufnahmepause Und machen nachher weiter Ich bin gerade, nachher? Ja Wenn nicht wieder da beim Hund Dauert nicht lange Na denn, sagen wir erstmal Tschööö